Es ist nun Herbst geworden und färbt sich schon der Wald. Der Wind bläst aus dem Boden und kühler wird es bald. Es breitet sein Gefieder, der kleine Vogel, aus. Nach Süden zieht er wieder, nimmt vor dem Frostreis aus. Der Wind rauscht durch die Bäume, wirft Blätter in die Luft. Es zieht durch warme Räume von Bratapfel der Duft.